Ja, moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Dead Island 2 Part. Ja, ihr fragt sich ja jetzt, hä, warum startet das jetzt so und nicht mit einem Spielgeschehen? Ganz einfach, es gibt eine Info, die muss ich raushauen, die ist ganz wichtig, betreffend dieses Parts und eines Parts, der jetzt leider Gottes fehlt. Ich erkläre sofort, warum der fehlt, aber für die, die diese Info nicht interessiert, über mir ist ein Zeitstelle, damit ihr diese Info überspringen könnt. Aber was Story-Technisch angeht, würde ich euch empfehlen, die Infos anzuhören, zumindest beim ersten Mal. Jetzt ganz klar, warum ich hier so zu euch rede und nicht im Gaming starte. Ich habe einen Part verpennt, beziehungsweise aus Versehen gelöscht. Ihr denkt euch jetzt sicher, wie kann man einen Part aus Versehen löschen? Ich erkläre jetzt mal ganz kurz die Situation. Ich habe bei YouTube einen Part schon vorbereitet gehabt, also den nächsten, den hatte ich nur auf dem PC. Weil ich aber lange Zeit kein Video mehr zu 10 Videos hochgeladen hatte, hatte ich den die ganze Zeit auf dem PC nur und nicht auf YouTube hochgeladen. Und als ich dann einen weiteren Part geschnitten hatte, dachte ich, ich hätte den alten schon hochgeladen und hatte ihn dann gelöscht. Wie gesagt, es war eigene Dummheit. Ich dachte, wie gesagt, der wäre schon online, beziehungsweise der wäre schon auf YouTube, zumindest privat. Das war er aber nicht. Und ja, jetzt fehlt ein Part zwischen diesem hier und dem letzten. Und das tut mir auch furchtbar leid. Ich habe alles versucht, um diesen einen Part zu retten. Ich habe beispielsweise der EQ ausprobiert und den wirklich mal so 24 Stunden durchlaufen lassen. Aber erfolglos, ich konnte den Part nicht mehr retten. Das tut mir, wie gesagt, furchtbar leid. Ich kann ja mal kurz darauf eingehen, was in diesem einen verlorenen Part passiert ist. Wir sind da zu den Hollywood-Dingen gegangen, also zu diesem Filmstudio. Dort habe ich mich durch ein paar Sets gekämpft, beispielsweise durch ein Dschungelset, ein Pyramidenset und so ein Apokalypse-Set. Und dort haben wir auch eine neue Art von Zombie kennengelernt, nämlich so einen dicken, spuckenden Zombie, die sich Kotzbrocken nennen. Das war ein sehr intensiver Bosskampf, da war auch eine Stage, die ich für mich nutzen konnte, mit so einer Riesenspinne, die Feuer speilen konnte, etc. Also, sie speilte Feuer, konnte Fäden abfeuern oder auch Säure. Säure war übrigens sinnfrei gegen den Kotzbrocken, weil der dagegen immun ist. Und wir haben Michael gerettet, der für einen Golden Globe von der einen Emma dahin gesprintet war. Das war auch so ziemlich die einzige Sequenz, die ich dort gefunden hatte. Also, sequenztechnisch habt ihr nichts verpasst, aber storytechnisch habt ihr ein bisschen jetzt halt leider nichts. Und dann habe ich direkt nach dem Bosskampf da dann auch aufgehört beim letzten Mal. Das war so hinter den Filmsets. Da wird auch dann auch gleich die Folge starten. Das ist jedenfalls das, was ihr jetzt nicht mehr sehen könnt. Wie gesagt, der Part ist leider unwiderruflich gelöscht. Das tut mir furchtbar leid. Es war eigene Dummheit. Das geht komplett auf mein Konto. Ich kann mich dafür tausendmal entschuldigen. Aber das wird nichts an der Tatsache ändern, dass dieser Part jetzt fehlt. Und es tut mir, wie gesagt, leid. Ich habe mir dann jetzt alles erklärt. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem jetzt folgenden Part. Und entschuldigt mir nochmals, dass der vorherige Part fehlt. Ich kann daran leider nichts ändern. Joa, guten Abend, fette Zuschauer-Chef, ne? Und jetzt kommt zurück zu einem weiteren Dead Island-Stream. Joa, beim letzten Mal. Da haben wir uns mit einem dicken, fetten Säure-Zombie geprügelt. Das ist nicht mal eine Untertreibung. Der war wirklich einfach nur voller Säure und komplett aufgeplustert. Michael hatte komischerweise überlebt. Keine Ahnung, wie der das Leben durchgeschafft hat. Aber Respekt an ihn. Das habe ich ja schon letztes Mal gesagt. Wir wollen heute Waffen mit Sam klauen. Also den Hardcore-Typen, der auch, wie ich, immun gegen den ganzen Scheiß hier ist. Und wir müssen auch noch mal zum Hotel zurück. Von den Waffen erhoffe ich mir, dass ich endlich mal eine Schusswaffe habe. Dass ich die einfach aus der Entfernung wegballere. So, zurück erstmal nach Beverly Hills. Oh, ist ja relativ hell hier. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ah, wir sind hier, wo ich letztes Mal versucht habe, reinzukommen, aber es nicht geschafft habe. Filz-Notiz. Leute, es gibt ein Backup für das ganze Scheiß-System. Ich gehe runter in die Operationszentrale und versuche alles wieder zum Laufen zu bringen. Wenn die Armee nochmal aufgeholzen sollte, ich habe den Torschlüssel. Also, einer von dem Penner da unten hat es. Hydrationsgeher? Komm um, Saal! Ja, beim letzten Mal haben wir auch hier den Gift-Mod freigeschaltet, also den Säure-Mod. Habe ich ganz vergessen. Hydrationsgeher, was soll das denn eigentlich? Der Hydrationsgeher trägt einen unter Druck stehenden Behälter mit Sprudelwasser auf dem Rücken. Das Wasser ist nicht länger käuflich erhältlich. Okay, schön zu wissen. Ich glaube, die Zombie-Arten fehlen uns eigentlich noch. Ich wusste gar nicht, dass der Essenslieferant eine spezielle Zombie-Art ist. Hätte ich mir jetzt wirklich nicht gedacht. Okay, zwei, drei, vier, fünf. Ach, nur noch fünf Zombie-Arten. Na gut, und dann gibt es noch diese Apex-Varianten. Das sind diese Ultra-Zombies. Wie zum Beispiel der Malma. Da fehlen uns noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn Zombies. Von einer definitiv so ein dicker Fetter sein wird, der mit Säure nach mir spuckt. Erstmal die Grütze entfernen. Ich werfe das einfach mal, damit sich die Grütze hier nicht verteilt. Ist hier irgendwo ein Rad? Da, ich sehe ein Rad. Wo ist ja ein Ventilrad da dran? Damit ich das Gift-Ventil abschalten kann. So. Dann damit. Und dann machen wir hier nochmal sauber. Währenddessen kann ich mich hier kurz hier umschauen. Was haben wir denn überhaupt hier? Ja, ich brauche ja den Schlüssel. Dafür muss ich erstmal Phil eine auf den Deckel geben. Ich finde das Beste, was wir letztes Mal gefunden haben, sind nach wie vor die Rohrbomben. Wenn ich das habe, wird gebombt. Kann ich das Zeug nicht für mich nutzen? Ey! Warte mal. Zeug nutze ich sowas für mich aus. Geht mal da hin. Leute, da ist ein Festtagsbuffet. Und keine Sorge, da ist keine Säure. Ach, stimmt ja. Ich habe ja jetzt so einen richtig exklusiven Kick. Das flog irgendwie nicht weit genug. Du stehst doch bestimmt auf. Willst du aufstehen? Ich gehe ganz sicher nicht zu euch runter. Ich warte jetzt, bis mein Wurfgeschoss wieder ready ist. Und dann werfe ich euch einfach kaputt. Vor allem dich. Warum soll ich da runtergehen, wenn ich so eine Rohrbombe zu dir runterwerfen kann? Na? Wie geht's euch so, Jungs? Ich glaube, der eine versucht, eine Fliege an deinem Kopf zu erwischen, aber er trifft sie nicht. Ja, ich weiß, das würde mich auch sauer machen. Warum ist das toll jetzt offen? Naja, soll ich mir recht sagen, die latschen ja eh durch die Säure, ne? So macht man es nicht einfach, Leute. Ich weiß nicht, wofür das war, aber ich habe es mal ausgemacht. Warte mal. Kabel folgen, Kabel folgen. Dann fände ich schon heraus, wofür es war. Muss ich nur einmal da unten gucken. Guck mich vorher noch hier um. Kann ja sein, dass ich die brauche. Ach, das war, dass ich hier unten ohne Problem rein kann. Ein weiterer improvisierter Hammer. Die Hämmer, die mag ich mittlerweile. Ah, so komme ich sicher und gelassen hier rüber. Komm mal mit. Gleich brauche ich dich noch. Ist ja meine Sicherung und keine Batterie. Jop. Äh, Phil ging zur Filtration. Hallo? Sind du da, Phil? Äh, eventuell. Warum ist das so doof abgeprallt? Ja, hätte ich mir denken können, dass du feuerresistent bist. Ein weiterer Geher, der Zoppen-Feuerwehr-Geher. Das sind nicht mehr die Tatvollmitglieder in der Feuerwehr. Angesehen, der Feuerwehr von der Elze übernicht sind die Kahlblütige Untoten. Ja, schön und gut. Ich muss mal den ganzen Scheißchen fähren. Versuch das gerade so zu werfen, dass es da durchgeht eine Pfütze macht. Okay, dafür eine Sicherung. Das heißt, hier ist wieder was Schönes für mich. Oh, hier ist sehr viel Schönes für mich. Vor allem der schlechte, äh, Schatz. Das ist immer was Schönes. Was haben wir denn für eine schöne Waffe? Ein Messingschlagring. Naja. Eine Waffe ist eine Waffe, ne? Und ist eine von blauer Rarität. Ich werde das Wasser wahrscheinlich nochmal brauchen. Ja. Wer von euch will aufstehen? Du nicht. Huiiii! Huiiii! Oh, entweder lässt ich es links oder rechts fließen. Okay, das sind interessante Aussichten. Erstmal die Grütze entfernen. Aber ich kann es auch wieder wegspülen. Ja, schon irgendwo. Ich kenne mich mit solchen Ventilen nicht aus. Aua! Das war vielleicht nicht die beste Idee. Aua! So, jetzt auch nochmal im anderen Tank, ne? Ich darf ja einmal das Ventil hier drehen. Was soll ich benutzen? Den sauberen Gang genießen. Dahinter wartet doch jemand. Ich höre doch, dass da was auf mich wartet. Hallo! Ich kann die Tür von mir aus gesehen nicht öffnen. Komischerweise. Und ich glaube, ich muss noch irgendwas im anderen System machen. Ich muss auf 70 bringen. Wie bringe ich das denn auf 70? Kann ich das einstellen? Ach, indem ich hier den Druck ablasse. Bingo! Ich wusste immer, dass ich ein Enginierer sein könnte. Danke für den Riegel. Okay. Ich weiß genau, dass da was rauskommt, sobald ich diese Tür auch nur schräg angucke. Kommt ruhig raus! Ich tue euch nix. Ich tue euch nix. Ja genau, kommt in meine Richtung. Lauf da durch. Oh, der war schneller als ich. Was? Ist er gegen die Moon? Hä? Wie mache ich ihn denn Damage? Wenn er gegen alles immun ist. Hä? 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 Geht doch! Der denkt sich erst mal, nö, ich ignoriere den Schaden. Bin genius. So, ist hier sonst noch was schönes? Nope. Wir haben schon aus der Vergangenheit gelernt. Der Hammer verirkt wunderbar diesen Bastarden. In den Hochen. Leute, benutzt auf keinen Fall die Notentriegelung. Dieser Schleim, der aus dem Hauptklärtank hochgedruckt wirkt, ist ätzend. Meinen Arm hat es ganz schön erwischt. Ich bekomme Medikamente. Da müssen wir den Druck wieder erhöhen. Sonst wird alles von unten dem Zeug versorgt. Sagte Phil. Ist auch noch ne Werkbank und ne Vorschlaghammer. Und endlich ist der Charakter mal so intelligent, die Tür zu schließen. Ermächtigungsvorteil. Bringt mir denn Ermächtigung? Wie ich hier einfach, äh, glaube ich, äh, einfach nur die stumpfen Waffen gefunden habe. Ich wollte erst sagen, drei Hämmer, aber ich habe nur zwei gefunden und einen Schlag kriegen. Wo ich auch, äh, ich, ich, ich werde die Säurefäuste haben. So, warte, Ermächtigt. Angeben, Verstärkung, Schlag. Da Ermächtigung. Kritische Treffer und schwere Angriffe bewirken mehr Schaden. Okay. Nehme ich mal. So, zwei habe ich mir jetzt gemacht. Das kann ich auch finden oder kaufen. Hey, das ist Sam. Wir sind fast da. Auf meinem Weg. Mit Sam treffen? Wo denn? Hallo Freunde, darf ich meinen Hammer zeigen? Der Hammer ist so schön. Wie sie durch die Luft segeln. Ah, da. Da macht's gleich eventuell noch mal bumm. Ja, komm ruhig her. Tschüss. Nur für den Fall, dass hier eine Sequenz jetzt kommt. Okay, ich dachte, hier käme eine Sequenz. Kommt es auch? Kommt es auch? Offen. Offen. Hast du einen guten, äh, Schwung. Ist das ein Glasfenster? Ronny wird sterben. Jo. Ich würde mal sagen, Ronny ist dead. Wann schreien da von denen? Oh, man geht doch auch nicht so nah ran. Der Hammer ist hier gerade die beste Option. Der Hammer ist in der Hand. Oh, man geht doch gerade. Stachelgehr? So, weil der sich ein Stacheldraht verheddert hat. Mal, wie viele Kumpanen willst du denn noch rufen? Danke für den Energie-Dring. Komm her, Schreihals! Halt die Klappe! Oh. Jetzt wieder schreist, du blöde Mistkuh! Langsam gehst du mir auf die Nerven. Ach, geh weg! Jetzt erst hat sich der Stachel geher da reingesetzt. Na ja, schlechter Slot. Aber wie dem? Nicht kann der Typ denn sein? Man geht doch dann nicht an das Fenster ran. Okay. So, ich nehm mir das mal. Liegen bleiben. Ich bin... Ich bin... Oh Mann! Man, schlechtes Glück, Ronny. Hey, sorry für Ronny, ne, aber er kriegt keinen Punkt Mitleid, wenn man sich so dämlich anstellt. Ich schaue mich hier noch ein bisschen um. Die kam ja auch wirklich aus allen Ecken. Schalerrote Penthouse. Zu verkaufen, zweizimmer Penthouse-Wohnung, loxioses Dumitil im Herzen von Beverly Hills. Diese hochwertige und hochmoderne Immobile, die vor allem durch das extravagante Indiesign in diversen Rottönen besticht, sucht einen neuen Besitzer. Die Wände des offenen Wohnbereichs überraschen mit grafischen Bustern in Kirsch, Siener und Rosenholz, die sich teilweise auf den wunderschönen Holzboden fortsetzen. 5.000 Dollar Preisnachlass. Der begehbare Kleiderschrank des Hauptschlafzimmers wurde aufgrund eines Rohrleitungsdefacts vorübergehend versiegelt. Diese Lösung des Problems ist mit stöhnenden Störgeräuschen, um potenziell verfärbten Auslubs zu rechnen. Geben Sie dieser Traumwohnung trotz dem eine Chance und buchen Sie jetzt einen Begehungstermin. Ja, vielleicht nicht. Und auch weiter oben geht's nicht. So, ich gehe einfach von einer weiteren Filmsequenz aus. Ihr wisst ja bei Filmsequenz ein paar Gäme hier aus dem Bild. Booyah! Ronny got eaten. Shit! It's not your fault, all right? People who ain't like us don't last out here. I told him, but he wanted to be the big fixer. I got bit to fuck just keeping him alive this long. Grab a gun and let's get back to it. War hart genug, ihn so lange am Leben zu halten. Ja! Ich hab den Platz, oder? Komm her! Wie du mich jetzt magst du, dummass-Mohners? Ich glaube, ich darf es in diesem Testen. Shit! Wenn es nicht in der Nögerhütung wäre, müsste es diese Kräfte verhörten. Find ein Fenster nach oben und schieb alle Möder, die kommen in die Rückseite. Ich komme... Okay, klingt nach einem Plan. Das klingt nach einem sehr guten Plan. Wait, why aren't I shooting these Suckers? Ich will noch mehr Munition. Hm. Einen Moment. Ich überlege gerade. Die Axt tue ich mal beiseite. Wo ist die Knache? Oh, lecker! Oh, lecker! Fliegt hier noch mehr Munition im Haus rum? Ich will vor allen Dingen eine Schrotflinte finden. Der Typ, der hätte einfach wirklich in dem Haus bleiben sollen. Headshot! Better test the sights. Let's see what this baby can do. Boom goes the dynamite! Headshot! 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 ein Moment mal ja genau da ich ein bisschen schnell erzielen kann ich glaube der ein oder andere ist schon reinmarschiert gerade boom baby ein kleines bisschen weiter runter oder sind die fiesen nur weil es da der ein oder andere gerade hochkommt kotzbrocken heißen die dicken einfach ja 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 Ja? Nehmen wir doch nicht, äh, äh, warum lassen wir die Munitionskiste hier? Die würde ich mitnehmen. Oh, da liegt was Schönes für mich. Schnellladervorteil. Ja? Ja? Ich bin fast fertig. Ich sehe dich zurück in der Haus. Also, es gibt ein Klinik-Klinik-Klinik-Klinik-Klinik-Klinik. Sie wollen eine Vakzine mit meinem Blut. Hm, das ist so. Wir können alle gehen. Sicherheit und Zahlen. Eine Sache habe ich gelernt. Die Hügel auf der Radio verabschiedet, dass alle deine Scheiße nicht passiert. Wir machen einfach gut. Wenn die Familie nicht mehr bleiben, würde ich nicht bleiben. Nein. Ich würde nicht beten, Mann. Sie wird dich überraschen. Er hat das einmal mitgemacht und weiß, wovon er redet. Oh, den Stampf penetrator. Kommt Pfund. Ja, wesentlich besser als der Schrei. Ja. Ja. Ich bin wegen der Kool City. Anyone da? Michael hat die Weg gut? Hallo? Ja. Ja. Ich bin hier. Michael, hast du es geschafft. Ja. Ich bin mit dem ganzen Tag. Ich bin weg mit dem ganzen Klaponen. Wissen? Michael hat sich meinen Respekt auf jeden Fall verdient. Dass er es alleine einmal zum Studio und wieder zurück geschafft hat. Das ist allein schon ein massiver Skillbeweis, den ich nicht hinterfragen werde. Lass damit unter anderem auch Eier bewiesen. Weil keiner wäre dafür dahin gerannt. Keiner. Kann ich mich nochmal in der Munitionskiste bitte bedienen? Sehr schön. Gibt es hier noch irgendwas zu erledigen momentan? Da ist ein Schrank. Und die Werkbank. Den habe ich nicht mitgenommen. Wo war der denn hier überhaupt? Dort? Ich boxe die einfach kaputt. Ich habe da nirgendwo was gesehen, dass ein Trinsor auch nur eh nöt. Was ist hier drin? Hier drin? Ach hier. Habe ich Niki nicht gerade eben erschlagen? Das war doch der schreiende Zombie, oder nicht? Ich bin jetzt auf der Dinger oder nicht. Ich bin jetzt hier drin. Ich bin jetzt mal auf der Dinger. Okay. Und jetzt wird das auch der Fass-Dinger nicht ausgegeben. Interessant, dass Ronny sich nicht verwandelt. Guck mal, so sieht euer Hals von innen aus. Habt ihr wieder was dazugelernt? Seht ihr hier irgendwo die Matschbirne, die den Schlüssel für den hiesigen Safe beinhaltet? Da ist auf jeden Fall ein fetti Bum Bum. Von denen ich eigentlich nicht so wirklich ran will. Komm ruhig her. Gegen dich hab ich immer ein gutes Mittel. Geht euch! die kotzbrocken haben wir beide geköpft und er zeigt uns einen wunderschönen hintern hier waren wir glaube ich auch noch gar nicht bisher drin keine sorge ich kümmere mich sofort um dich sie ist da hat mich um dich gekümmert ich bin nicht mit absicht hier runtergefallen finden wir hier was schönes wie gesagt hier habe ich vorher noch nicht erkundet aus in der bio gefahren kisten bruchten und die inriegel weil er so gefährlich für den menschen so ungesund dass er in bio gefahren gut behälter musste er hat hier war auf jeden fall was militärisches hier hat sich auf jeden fall jetzt schon gelohnt hier mal rein zu gucken ich glaube ich kann jetzt säure auf meine waffe packen also auf meine knarre was ich ja vor allen dingen toll finde die hämmer die funktionieren unglaublich gut gegen die läufer weil er die einfach ausbremst obwohl er so arg langsam ist am boden zerstört mams wenn euch diese nach hier erreicht dann verlass bitte sofort die stadt ihr müsst hier raus es kann für euch nicht schlimmer werden als es hier gerade ist da war babyfleisch und es passt ums verrecken nicht verdammt das kann ich nicht schreiben ihr müsst fliehen wenn ihr die vororte verlasst dann müsst ihr vielleicht nicht tun was wir hier gerade tun müsst nicht all das blut sehen fetzen von verätzentem fleisch ganze badewannen voll davon gott ich hoffe ihr seid bis jetzt verschont geblieben es ist hier überall überall so rot so viel davon dass ich nichts anderes denken kann aber an euch kann ich noch denken seid ihr noch da mams bitte sagt mir dass ihr noch da seid sonst ist niemand mehr übrig das ist eine grauenvolle Nachricht ja ich bin hier definitiv in irgendeiner Militärbasis gerade drin oder zumindest vom Forschungstrupp so wie das hier alles aussieht kann auch sein dass das hier ein normales Wohnhaus ist das von dem Militär eingenommen wurde damit die hier irgendwas rausfinden können also dass die Experimente mit den Untoten machen wäre auch möglich ist da irgendwas die Tür lasse ich mal zu bis ich hier fertig bin oh das ey komm Junge du lebst noch ich kann mir gut vorstellen was passiert wenn ich da durchlaufe ich bräuchte irgendwas zum werfen okay das hier war auch mal ein Streichetyp hey mein Bester ich weiß wir haben dich für heute nicht gebucht aber da schwimmt was wirklich stinkiges in unserem Pool ich traue mich nicht es anzufassen ich glaube es könnte eine Leiche sein und ich kann da nirgendwo finden äh den nirgendwo finden also kannst du deinen Arsch drauf wetten dass er sich hier irgendwo versteckt und das ganze filmt der Idiot denkt dass ein Streichkanal ihm die ganzen großen Views einweint ja sicher würd nicht fragen wenn es nicht super äh super dringend wäre aber wir wollen heute Abend eine Poolparty livestream und meine Viewer dürfen mich keinesfalls so sehen Übelkeitsgrün ist einfach so gar nicht meine Farbe bitte Simon Held ne ich machs auch wieder gut für dich tu ich alles binnen 20 Minuten da ach die haben den Poolreiniger geprankt aber nicht sehr nett oh ich find hier nix zum werfen also muss da durch kann ich das eventuell zerhacken da wirst du zumindest zerhacken mir war bewusst dass der wieder aufstehen wird der stand ein bisschen zu offensichtlich los die die er ist ein bisschen vorgeschwächt an dem die und zerteilt hier ist noch mal ein wasser können ist ja ganz toll koffer liegen auch ganz doof da da liegt auf jeden fall was schönes ach der soll kann ist das umgekippt jedoch weg so ich mache was ganz verwiegendes so einfach dass das fast kaputt ist dann entferne ich den mist müsste so doch ganz gut funktionieren guck gerade nur ja ich habe entführt ein jünger wasser kanister so einfach den mist entfernen messer des liquidierers kann ich zumindest eben kurz einmal verschrotten alter das gewehr hat über 300 schaden mein hammer hat aber fast genauso viel mein hammer hat sogar den selben schaden die beiden hier unten ich glaube alles was jetzt keine 200 damage hat außer dem teil hier würde ich wegschmeißen zum beispiel hier das zombie schwert den schlagring tatsächlich eigentlich auch weil der ist echt kacke die knarre wehe ich nicht verschrotten oder verkaufen weil das meine einzige knarre ich weiß nicht wo du herkommst aber ich krieg sich weg keine sorge denn blut bleibt auch nicht kann da haben wir einer von hinten wo kam der denn her geschlichen die achse des liquidierers könnte ich eventuell auch vernichten einen moment ja die ist jetzt auch nicht so geil guck mal habe ich wieder sechs plätze frei das katar das werfe ich erst weg sobald ich eine bessere version davon gefunden habe weil das ist eine echt gute waffe eigentlich obwohl die so wenig damage hat weil die richtig schnell zuschlägt einmal kurz die säure entfernen einmal kurz die säure entfernen und hier war ja der dicke wieso läuft das jetzt schon wieder aus der frag ist einfach besser nicht ja ist gekauft ich habe ja gerade eben schon gesagt dass ich eine schrubflinte haben will ja meine zeit ist gekommen sie ist gekommen leute sonst nichts wer will meinen neuen freund den zuverlässigen zuerst ausprobiert bekommen ey du da oh die waffe ist schön das meinte ich mit die äh die ist schnell deswegen mag ich die auch wenn die kaum schaden hat die macht trotzdem über zeit gesehen richtig gut damage ich bin weg ich denke mir nur komm zu papa wenn ich eine schrubflinte sehe na gut ich muss die noch aufbessern aber trotzdem das ist gerade ein richtig geiles standbild wenn man es genau nehmen will ne ich glaube jetzt fehlt nur noch ein stachelläufer eventuell und ein hydrationsläufer oder äh einer von den beiden als läufer dann haben wir glaube ich jeden einmal so gesehen gesehen verringert die nachladerzeit erhöht den schaden durch gilische treffer verringert dafür den standardfaden ne ich nehm schnell das nachladen ach man da darf ich auch nicht drauf packen irgendwie wird die schon äh irgendwie wird die schon äh kritische treffer machen die hat halt einfach 600 standard schaden ne äh wieso darf ich die munition nicht drauf packen also diese sondermunition das wäre so schön gewesen warum darf ich nicht so ich brauch auf jeden fall munition für meine schrotflinte man kann nagelpistolen kaufen oh guck mal hier ist eine coole schrotflinte noch ok hängt kostet aber 5000 kann ich mir keine schrotflinten munition kaufen kann für gewehr welche kaufen aber nicht für die schrotflinte das ist meine jetzige schrotflinte und das ist die andere ich kaufe munition einfach mal generell auf das ist wahrscheinlich nicht verkehrt dann krieg ich dann noch ein paar synthetik fasern von mir bin ich eh haufenweise ohne dass ich die brauche kriegst noch ein paar legierungen draht draht brauche ich fast immer deswegen verkaufe ich das nicht und dann würde ich sagen gönne ich mir noch die handgun weil ich habe eine schrotflinte aber keine handpistole ich brauche eventuell noch ein bisschen geld fürs aufbessern so da haben wir unsere piste darf ich auch die munitionsvorteile nicht drauf packen da kommt dann mache ich auch die kritischen treffer höher bringt mir die nachladezeit wahrscheinlich weniger so ich mach mal dass die knarren oben in der leiste sind so ich mir das leichter merken kann so und ich habe jeden mod hier einmal unten in der leiste ja komm da muss man das nachladen wirklich nicht verbessern ich wollte einmal kurz gucken wie schnell lädt die nach der typ ist in meinem gesicht explodiert und es hat mir nur 300 schaden gemacht das überrascht mich wie widerstandsfähig bin ich denn bitte da ist so ein kotzbrocken alter niedert man die mit der schrotflinte schnell oben na gut die ist dafür aber auch laut ne diese grenadierer sind die sind gefühlt immer ein geschenk er ist überlebt die sind echt nicht stark guck mal selbst die zombies überleben so lange man die von hinten angreift kein problem ich wollte ihn in das feuer schubsen da liegt was schönes für mich das war ja das war ja das war ja das war ja ich habe da Diese Infektionssache spitzt sich zu. Und die haben gesagt, man sollte besser zu Hause bleiben. Jasmin glaubt, das könnte wirklich hässlich werden. Sie ist nach einer 16-Stunden-Schicht gerade jetzt aus der Notaufnahme zurückgekommen. Stefan? Bist du dir sicher, dass du in der Nähe keine Stromleitung bist? Hm, seltsam. Meine Heimausrüstung reagiert ganz ähnlich. Chaotisch, aber es gibt keine sukzessive Zunahme, auch wenn man die Umgebungsgeräusche mit einrechnet. Fast, als würde sich da etwas aufbauen. Das kann doch kein Erdbeben sein, oder? Hat jemand zufällig Seismologie als Wahlfach? Ich weiß nicht, ob das männlicher oder weiblicher Name ist mit Hetty. Auch noch ein verdammtes Erdbeben. Oh, das wird ja immer besser. Welchen der Stadt bist du, Sid? Beschieben sich die Interferenzen, wenn du das Equipment verlegst? Halt es auf dem Laufenden, okay, Kumpel? Pass auf dich auf. Wir wollen nicht, dass du dich mit diesen verrückten Virus ansteckst. Ich habe gerade gesehen, wie du da rausgekommen bist. Welchen Stachel hast du denn bitte? Ich sehe nichts. Ach, die ein oder andere Glasscherbe im Arm. Ich will ein bisschen Pumpkin-Action hier. Hi! Ja, das werde ich. Erstmal packe ich mich aus dem Bild, weil ich, wie immer, mit einer Filme können es rechnen, wenn ich hier ankomme. Michael kam zurück. Er sagte, du hast ihn geholfen. Ich... Ich war falsch über dich. Hey, ich habe eine Promete gemacht. Danke, Madrecita. Wo ist er? Sie sind alle im Gym. Alle im Trainingsraum. Oh. Distanz-Kampf-Einschläger-Mod. Ja! Gewährt einen kleinen Bus für physische Schaden und Kraft. Bei aufeinander folgenden Treffer trifft zudem der Effekt traumatisiert in Kraft. Oh, das ist sehr schön. Hauptsache überhaupt erstmal was drauf. Oh, geht aber nur bei der Schroplinte. Naja, besser als nix, ne? Kurz noch gucken. Oh. Ich kann jetzt mir... ...Pistol-Munition selber herstellen. Was war das, was wir da sonst noch so verkaufen? Baseball-Schläger. Eine Nagelpistole für 5.000. Na gut, ich habe noch keine Nagelpistole, ne? Die hat den Perforator. Oh, ihr habt selber. All right, ihr all hier. Oh, mierda. Damn, Mann. How long you been pitfalls? Nothing. Oh, my gosh. You've got to deal with this right now. Don't touch him. Go check on Andreas, see if she's okay. Dad, this ain't no game, Emma. You know what's gonna happen to him. Er wurde doch gebissen. This is my house. It is my rule, Sam. Go. If he so much is twitch is funny, you... You know what you've got to do. Yeah. Michael, what happened? I'm fine. You're not fine. I'll get you help, okay? Emma, it's time. Don't even think about it. I took you in. You owe me this. Put the gun away. Move. He's gonna... He's gonna... You don't know that. Hey. In the 2019, the best supporting actress Romero goes to... Oh. Oh, my lucky charm. This is why you left. Emma. I think I've got the special blood. The zombie proof. I just feel it. Yes. Yes, you have the special blood. You're going to get through this. Michael. Michael. I knew it. I knew it. Emma. Get out of my house. Er ist tot. Das ist passiert. Er wurde gebissen und er hatte nicht... ...meine Sonderoller, wie Emma es gerade beschrieben hat. Lieben gern? Ich verstimme fast alle 10 Sekunden irgendwie. Ein Zombie, Michael. Er ging sie zu kaufen, Emma. Sie ist wirklich verletzt. Sorry, Madrecita. Ich muss gehen. Mach mal nur für den Fall. Oder... Ne, warte. Das heben wir uns das nächste Mal auf. Ich sehe gerade die Uhrzeit. Ich will nur noch mal gucken. Ich kann hier nirgendwo nachladen. Ja. 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 Die verstehen es. Sie denkt rational. Die hat die Ruhe weg. Na gut, Leute. Ich würde sagen, wir machen hier jetzt für heute Schluss. Elmar ist auf uns sauer, weil wir Michael erlöst haben. Besser, als wenn Michael sie gebissen hätte. Ganz ehrlich. Sie scheint in ernster Lage einfach nicht zu rallen. Hab heute einiges in Zeit verschwende, weil ich die Häuser noch ein bisschen untersucht hatte. Hab dadurch aber ja den ein oder anderen Mod noch gefunden. Was ja nicht negativ ist. Und wir haben endlich Knachen. Jede Art sogar einmal. Na gut, wahrscheinlich gibt es noch MPs. Also ja, so Uzzis. Jedenfalls, wenn es euch heute gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like auf YouTube da. Und Follow auf Twitch. Und ich würde mich hier dann zuerst von der YouTube-Gemeinschaft verabschieden. Ciao und bis bald.